Hallo, ich bin Bianca, seitdem ich eineinhalb Jahre alt bin, fahre ich Ski und ja, das ist eben meine Leidenschaft, ich komme ungefähr jedes Jahr einmal her und das ist gerade eben mein Lieblingsskigebiet, wo ich gerade auf meiner Lieblingsskihütte bin und warum das so ist, das seht ihr gleich. Vielen Dank. Musik 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.